Was geht ab? What up YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin von zwölf Stunden streamen noch ein bisschen angeschlagen. Ja, ein bisschen krank, aber es ist scheißegal. Heute ist Silvester, Freunde. Ich werde nicht groß filmen, ich werde ein bisschen was filmen. Aber nicht besonders groß. Ich bin gerade auf dem Weg zum Treffpunkt. Ich rede mit einem Kollegen, wir fahren auf eine richtig, richtig fette Hausparty. Da sind um die 30, 40 Leute, glaube ich. Ich werde aber, wie gesagt, nicht groß filmen. Ich will die Leute da auch nicht abfacken. Ich will auch selber ein bisschen, ja, mal ein bisschen Privatsphäre und so ein bisschen feiern. Und ihr wisst, was ich meine. Ich werde so ein bisschen das Feuerwerk filmen. Und ja, mal gucken, was sich noch hier und da und so findet. Also, bis später. Bis jetzt. Okay, was geht ab, meine Freunde, ich bin echt, Alter, ihr hört, meine Stimme ist echt sick, übertrieben, krass, krank, nur rumgeschrieben, es wird immer schlimmer, fuck, aber ich sage euch ganz ehrlich, Silvester ist nur einmal mehr und die Party ist echt lustig, ja, ich muss sagen, wirklich, was ab gegen Geisteskrank, ähm, ich habe auch keine Ahnung, was ich noch sagen soll, wir machen einfach immer weiter, wir machen Party und, ja, my friends. Wann ist das so was für ein Garten, Alter? Oh Gott! Oh, haha! Oh, haha! Oh, haha! Oh, haha! Pass mich, du! Pass mich, du! Pass mich, du! So! Schlepp! Alter! Schlepp! Schlepp! Boah, Junge, Alter! Seid ihr gestört? Nee! Was war das? Halt! 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 Oh, Junge! Halt! Halt! Boah, Junge! Halt! Halt! Was geht hier ab, Junge? Was geht hier ab, Junge? Boah, Junge! Halt! 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 Das war aber toll! Das war aber toll! Das war aber toll! Wuhuuu! Sie geil aus, oder? Nochmal! Frohes Neues, meine Freunde!